Ich habe mich überlegt, Part 12 wird das Finale. Jetzt ist es mal herzlich willkommen zu Part 11. Soweit Tore der Gott online ist, kommt das Finale, weil er glaube ich dies mit dieser Olla machen kann. Das ist das Finale. Jetzt lege ich mir jetzt mal ein paar Sachen. Genau. Ist ja auch klar. Klar ist klar. Ich bekomme hier nur dasselbe. Ich bekomme ganz schön wenig Erfahrung, wenn ich eins auf den Ongel mache. Ich wäsche mir das bitte noch als nächstes. So können wir dann, so können wir leben. Okay. 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 Sooo. Nachher geht es zum Finale, Part 12 wird das Finale. Und dann geht es zum 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 Finale. Wie kann ein Luftschiff in 10 Sekunden schon da sein. Und in 10 Sekunden sich da wieder mitgehen. Wie. Jetzt war ich in der Realität. Da war ich in der Realität. Ja. Und dann geht es zum Finale. So So, wir haben das Spiel durch, endlich Ich bringe das Spiel erst durch, wenn wir das Finale haben, ein paar zwölf, wenn es durch, wenn zwölf Uhr und Martich beendet wird, dann heißt das, es ist einfach zu Ende Egal ob ich jetzt sterbe oder lebe, spiele ich es dann einfach durch, damit wir auch mal ein anderes Spiel starten können Okay Okay Hold up, you're not gonna believe this Ah Got any spare time? Here Get me Seriously, I kinda know where to park with this Uh, so, uh, I haven't gotten this I'm not gonna lie I was getting so close to keeping this room for me Woah I just Woah 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 peak Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gucken wir mal in der Postfach nach. Und nächsten Part ist schon das Final. Wow, wie schön das Spiel durchgeht, ne? Das Spiel ist auch langreich und so geworden. Jetzt werden wir es auch durchspielen. Wir werden durch Finale, durch Zocken und so. Dann kommt auch das nächste Spiel. Schau mal, wird dann das nächste Spiel auch schon gestartet. Dann sehen wir uns Platz 12, dem Finale. Das ist ein anderes Spiel, was man durchspielen kann. Irgendwie. Okay. Gucken wir uns mal die Ehe an. So, dann sehen wir uns im nächsten Part. Don't let's. Tschüss. 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 Tschüss.